Ich bin Lukas, ich bin Serkretmar Fan in der Definitive Edition. Wir müssen hier... Naja... Auf dem Wachtturm... ...ich versch specsuyor... ... Das war's für heute. 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 Starten wir, wo starten wir? Weiß nicht, oben, oder? Das war's für heute. 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 das ist schon mal ein bisschen dauernd für oh gott wird das nicht unglaublich ich fühle mich dafür dass das im gefängnis lang gedauert hat aber ich war da kommt der luster dritten also also ich weiß es nicht ich habe mich aber komplett verlaufen manchmal also der gesehen ist gestorben weil ich habe gerechnet ist jetzt eine rauskommt aber das ist ganz impuls gehabt mit der 5 sterne also mit 5 sternen man kann den puls das ist unglaublich aber das ist geschafft wir fahren jetzt und danach Okay. Ja, Turnbull war total korrupt. In der Zeitung steht, man wird sich an seinen Kampf für den 19. Artikel erinnern. Er hat seine Karriere dafür riskiert. Welcher ist das nochmal? Frauenwahlrecht, du Idiot. Dank ihm darf ich wählen, Tom. Genau wie seine Frau und seine sechs Töchter. Scheint, als hätte jeder zwei Seiten. Scheint so. Ich muss jetzt los. Tom, tu nichts, wofür du nicht in Erinnerung bleiben willst, okay? Dafür ist es zu spät. Allkampf abgeschlossen. In der Suche wird jetzt noch die Katzen für den nächsten Jahr an, aber dafür geht es in der nächsten Folge. Dann mit der Mission weiter. Ja, schmeckt toll. Das ist nur der Vorgeschmack. Ich habe gehört, dass von diesen Zigarren her eine ganze Lieferung beschlagnahmt wurde. Ihr werdet sie mir beschaffen. Wir sollen Zigarren klauen. Wir sollen Zigarren klauen. Wo ist das Problem? In unseren Nachtclubs werden sie uns gute Zigarren aus den Händen reißen. Es wirkt wie, keine Ahnung, Kinderkram. Du warst schon immer viel zu schlau. Aber der macht man nichts vor. Kinderkram trifft's ganz genau. Danach soll es aussehen. Die Zigarren sind nur Tarnung für heiße Steine. In einigen Kisten sind geschmuggelte Diamanten. Aber die Fetts haben sie nicht gefunden. Wir stehlen Diamanten von den Fetts? Keine Sorge. Ich habe schon alle Einzelheiten mit Sam hier geklärt. Er sagt's euch. Jetzt muss ich den Bürgermeister in seinem Lieblingsherrenclub treffen. Schmiedet gemeinsam den Plan. Aber ich will die Zigarren, bevor jemand der Warenbeute auf die Spur kommt. Verstanden? Klar, Boss. Gut. Und trink nicht meinen besten Fusel. Wusstest du das? Wir haben gestern drüber gesprochen. Wir haben einen Plan. Es ist kein guter Plan, aber wir gehen nicht rauf. Wahrscheinlich. Na los, hilft uns dort jemand oder was? Nein. Wir sind auf uns gestellt. Das wird schwierig. Die Zigarren sind in Kisten. Am Hafen. Scheiße. Der Laden wird bestimmt gut bewacht. Ja. Gewalt hilft hier nicht. Wir machen's mit Köpfchen. Wir klauen einen Zolllaster und sind drin. Gott. Müssen wir den Armfahrer umbringen? Nein. Wir jagen ihm Angst ein. Wir wollen nur seine Papiere. Gut. Ich will keine Leiche loswerden müssen. Ich will keine Leiche loswerden müssen. Los. Suchen wir nach nem Zolllaster unten bei den Docks. Alles klar, Tom? Ja. Ich frag mich nur, was dahinter steckt. Dahinter steckt? Der Boss hat nen Job für uns und wir machen ihn. Es scheint nur verdammt riskant. Sogar für Diamanten. Wenn wir geschnappt werden, buchten sie uns lange ein. Dann dürfen wir nicht geschnappt werden. Oder? Ja. Wie gesagt, liebe Zuschauer, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Ciao.